Herzlich Willkommen! Hallo! Und herzlich Willkommen zu WWWE! Wir, also Carsten und Hermann, sind heute ein bisschen zivil unterwegs. Und wir zwei haben gesagt, lass doch auch mal in kleiner Runde hier WWWE machen und dafür unsere eigenen Charaktere erstellen. Du hast jetzt deinen Charakter onstream erstellt. Ich habe meinen gestern Abend 22 Uhr komplett zerrüttet erstellt. Ich glaube, die Unterschiede wird man auch sehen. Und wir werden heute wahrscheinlich gegen Mondo und Knossel Detektiv machen, oder? Ja, das wird Zeit, das wird Zeit, dass du da mal... Community Inhalte. So, als erstes müssen wir die runterladen. Das heißt, wir gehen auf Downloads anscheinend. Und Superstars, so. Und hast du ein Hashtag oder so benutzt? Ich hab meinen Hashtag benutzt, ja. Weil wir haben alle, also generell auch an euch, wenn ihr für Influencer Rumble Royale, Digga, wenn ihr da auch was für erstellen wollt, also helft uns da gerne, wir wollen das auch ongoing machen, irgendeinen Influencer, den wir noch nicht hatten oder so, erstellt die gerne, falls ihr das Spiel habt, und nutzt dann den Hashtag 135. Jetzt nehme ich die Postleiter ab. Spann doch. So, jetzt bin ich gespannt. Das heißt, hier müssten jetzt alle Charaktere kommen, die von unserer Community oder von der Redaktion, also von Karl, Dennis, Solvay, erstellt worden sind. Und da sehen wir auch schon... Da ist Henrik Blatt. Äh, den... Den hab ich gestern Abend erstellt, Digga. Äh... Das Cane's Anzug! Du hast Cane's Anzug ab. Ja, ich geh da durch und ich so... Also ich hab erst mir einen schwarzen Hoodie erstellt. Ja. Aber dann dachte ich auch so, okay, dann müsste ich da jetzt entweder, genau, so ein Girl-Cave-Logo, oder irgendwas anderes, Sterzig-Logo, oder was weiß ich. Und dann ging's schon los mit Importieren von Bildern und ich hab nicht durchgeblickt und ich war so zerstört und die Menüführung ist leider echt bad. Äh, hab ich aufgegeben. Dann dachte ich so, komm, ich mach so einen richtig ekligen Ganzkörperanzug. Ich war erst bei Kurt Angle, schön, den Eierkneifer da richtig hoch. Aber, äh, dann dachte ich mir, ach, kennst du auch schön. So. Ja, ich würd jetzt nur direkt, wenn wir schon hier sind, auch Knossi und Montel runterladen. Ja, ja. Wir hatten aber überlegt, ob wir Logan Paul auf die Fresse hauen. Der hat's eigentlich verdient. Muss man aber... Wobei... Man muss da wirklich gestehen. Man kann jetzt von Logan Paul halten, was man will, aber sportlich und im Ring ist der wirklich ne Eins. Ja. Äh, ich muss auch sagen, als er da das erste Mal auftauchte, oder sehr früh, hat er ja direkt gegen Rey Mysterio gekämpft und den weggemacht. Ja. Das war für mich echt nochmal... Das war ein Downer. Ja. Hätte erstmal irgendeine Nulpe da weggemacht. Hätte ich sogar wahrscheinlich eher gefeiert. Ja. Aber dass er direkt da so inszeniert wird und ne Hall of Famer da wegknallt. Ich muss aber sagen, jetzt bei WrestleMania war's ein bisschen cringe. Ja? Ja. Ja, mit seinem Drink, ne? Genau. Die haben das da mega... Oh, das war echt peinlich, Digga. Und dann haben die noch KSI in so einen Ganzkörperanzug gepackt. Und Seth Rollins hat den dann auf den Tisch gezogen. Ja, und der riecht drauf. Ja, das hab ich gesehen auf Instagram. Na gut. Suche. Hashtag. Ach echt? Ja, nochmal überarbeitet. So. Kuschinski ist der Hashtag. Mhm. Ja, also wir haben auch vielleicht für euch auf meinem Community Discord einen extra Raum für die Leute, die quasi Charaktere erstellen wollen und sich da so austauschen. Ähm, da... Error of Love. Error of Love, ja. Error of Love, ja. Ja, ja. Der Kalle war ja in einem Musikvideo von... Das Herz umstritten ist. Von Electric Callboy, Digga. Von Electric Callboy, Digga. Im Video. Von der Statur hab ich ein bisschen an die Realität und mich versucht zu realisieren. Ich auch. Ich hab das lauchigste genommen, was überhaupt geht. Ja. Weil ich kenn mich auch nackt. Ich kenn mich auch nackt. Und das hab ich dann auch... Okay, legen wir los, Digga. So. Wir haben ein bisschen Taxi-Match, ne? Oder wir gehen halt noch auf Moveset, aber es wird halt ein paar Minuten dauern. Ähm... Ne, kann man nicht so Grundding einfach einmal einstellen? Ich glaub schon, ja. Das hab ich gestern gemacht. Das ging gar nicht recht zügig. Ja. Gut, Leute. Wir haben jetzt alles eingestellt. Äh... Haben wir entschieden. Wir machen das einfach offscreen. Äh... Haben jetzt richtig nice Einläufe. Und äh... Klasse Movesets. Äh... Sagen natürlich noch nicht, ne? Was? So. Wir machen ein richtig normales Tag-Team-Match, oder? Mit Abklatschen auch und so. Ja, dann einfach normal, right? Ja. Okay. Ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Welche Arena? Das war WrestleMania. Ich mein... Ist nicht SmackDown, Digga? SmackDown? Also ich war ja immer Team Raw. Echt? Ich war immer Team SmackDown wegen den Games. SmackDown 1, 2, 3... Äh... WrestleMania Abfahrt. Ja. Okay, bestätigen. Gut. Wir werden jetzt bei den Einläufen... Äh... Keine Mucke haben. Aber jetzt bin ich ja Hanno. Ja, bin ich auch. Achso. Ja, genau. Ja. Ich mein, ihr könnt hier halt nacheditieren. Einen Hanno-Sound. Das ginge. Ja. Das können wir machen. Ja. Okay. Ähm... Männlich, weiblich... Erstellte Superstars. So. Head of Blood, Digga. Bei mir ist jetzt mit der Gesamtwertung scheißegal, Leute. Macht euch jetzt... Oha, Brock Lesnar ist ja auch 97, dann passt das doch. Ich bin ja fast wie Brock Lesnar. Fast. So. Knossi. Äh... Ja. 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 Wie kommen wir jetzt nach rechts? Aha. Mönche Digga. Mönche Digga. Weißt du, weißt du Snickers? Alter, das ist ja echt ein dicker Arsch. Ja, die haben irgendwie den heftigsten Deal der Welt mit Snickers irgendwie. Echt? Ja. Keine Ahnung, die sind halt... Erstmal ein Snickers. Und dann... Aufs Maul. Ja. Äh, genau. Äh, äh. Ich bin schon ein bisschen gespannt. Krass, das ist ja auch deine Tattoos. Ja, ich hab echt lange gewerkelt. Auch die Frise aus dem Video und so, ne? Das ist so ein Bruch, Alter. Ja. Jo, Frisur gibt's echt nicht so viel. Ja. Okay, so WrestleMania. Oh, es gibt nicht mal Soundeffekte im Creator-Modus. Oh, doch. So, ja. Alter, jetzt kommst du. Edge. Ja. Das Ding ist, ich hab die Mucke halt immer auf dem Gamecube ausgewählt. Für... Für meinen... Charakter. Hahaha. Hahaha. Alter, du hast ja keine Schuhe an. Nö. Aber mit Brille rein. Ja, ey. Klar. Hahaha. Junge, ich bin richtig ready. Ja. Und jetzt... Hahaha. Mädel, Leute. Das ist einfach geil. Ja, Drachenlaut müssen wir auch mal erstellen. Stimmt. Der muss auch reinkommen, paar Schillen verteilen. Ja. Ist das unangenehm. Hahaha. Komplett overconfident. Ja. Also, der Hanno hat Bock. Aber keinen Arsch in der Hose, ne? Naja. Naja, aber ist ja auch so. Also, du hast dich gut getroffen. Ja, danke. Ist echt besser geworden als ich dachte. Ich hab da auch... Ich muss auch zugeben, ich hab da jetzt nicht krass viel Zeit reingesteckt. Ja. Aber dementsprechend ist es noch potenziell noch um. Ihr dürft gerne auch mich erstellen, falls ihr da richtig try haben wollt. Ja. Mich gerne auch. Ich nehm das dann gerne an. So. Da ist er. Hahaha. 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 Auf die leichte Zahl. Ja. Hahaha. 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 Www. Ah, schön, ey. Das hat so endlos lange genau diese Scheißherzen auf diese Weste zu bekommen. I mean it like I said. So. Klasse. Ja. Einfach geil. Schön krass drauf. Spannend. Du hast jedes Herz einzeln drauf geballert, ne? Ja, du konntest immer so 16 Herz noch einmal, du musstest das immer wieder kopieren. Du konntest das irgendwo drauflegen. Geil. Ja, aber es geht ja heute um was. Also, ne? Gegen Watchmen. Ja. Es kann doch sein. Hast du es eigentlich schon mal gespielt? Das hier? Diesen Teil? Ja. Also, kennst die Steuerung und so? Boah, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich auch nicht. Also, L... Genau. X ist Branschen, glaub ich. Und A ist schwerer Angriff und leichter Angriff. Genau. B ist Grappling. Y ist In-Time-Abwehren. Genauso Reverse und so. Genau. Und LT ist Sprinten. Ne RT, glaub ich. Ja, einen von beiden Sprinten und Klettern. Du musst grad überall rumdenken, weil ich hier einen Crazy-Controller habe. Stimmt, ja. So, jetzt geht's ab. Ja, bei mir bleibt auch die Sonnenbrille auf. Das ist so cursed. Ja, da sieht man natürlich... Also, beim Gesicht hätte man bei uns noch was rausholen können. Wenn wir unser Gesicht reingestellt hätten. Wobei da die Hautfarbe nicht passt, ne? Sieht so ein bisschen ausgeschnitten aus. Was war das denn? Wie die auch alle hocken. Mit seinem Bademantel kommt er da rein. Irgendwie stehen da. Ja, passt. Na gut, das kennen wir schon, ne? Kann man aber weiter drücken hier. Ach, das bist du. Du steuerst das jetzt. Ah, klasse. So, jetzt noch mal Monte kurz. Ja, große Kulisse. Fresselmania, ne? Ja, Fresselmania. Das war damals in Texas, glaube ich. Vom Hamburg, Germany! Hä, warum ist das... Warum war das mit Stern? Hä, der hat das gesagt! Wirklich? Monte Black! Ja, es gibt ja irgendwie so... Es gibt ja Montana, es gibt ja irgendwelche Wrestler, die immer so hießen und so. Echt? Ja, ja. Monte Black gibt's auch. Du kannst halt immer so Titel von Leuten nehmen, die dann schon mal eingesprochen werden. Ja, ja. Rest in Peace, Junge. Einfach... Einfach ein Undertaker. Du hier. Geil. So, Abfahrt. So. Ja, jetzt geht's aus dem Maul. Tag Team Action. Ah, ich fang an. Wie klatschen wir denn überhaupt... Oh, scheiße, gegen Knossi. Wie klatschen wir denn... Okay. Ich glaube L1 oder so. Scheiße. Tag Team Action. Ha, 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 ha! So. Wir sind jetzt vor unseren Lebensbalken, aber ist scheißegal, glaube ich. Was mach ich? Alter, heftige Muskeln! Alter! Oh mein Gott! Okay, warte. Ja. Kletter hoch. Nein, Montau, was macht der auch? Oh Gott! Ohohoho! Wir haben das Standbild, Junge! Du fährst aber sterben! Du fährst aber sterben! Du fährst aber sterben! Und ich steh da so und denk so... Oh du fuck! In einem Match kannst du mit... Er ist den Superstar wechseln, den du ins Visier nimmst. Okay, ja. Na gut. Dann fall ich mal. Oh! Vielleicht komm jetzt hier rein. Ich hab ihm jetzt aufs Maul hier. Wie klettere ich denn rein? Scheiße, Montevill, was? Alter, ich hab grad richtig Knossi verprügelt, ne? Hä, Montevill mich? Doch nicht. Sieht sich aus? Ach so. oh. Oh, oh. Ick so! Oh, ich knossi, Dicke. Kann ich sie gut machen? Weil, ich versuch's die Meute zu animieren hier. Oh. Jetzt komm jetzt rein. Nein, Dicke! Aua! Er gibt uns, er gibt uns auch bei mir hin. Oh, ich hau bin ich in die Fresse! Oh mein Gott. Oh! Oh mein Gott, schöne Sache, Henn. Horizon, nochmal hin in die.... So, komm doch, komm doch. Oh! Und Abfahrt! Oh! Klasse! Und weg mit dem, zack, Junge, richtig zusammenschlagen. So willst du auch mal... Aua, scheiße! Oh, der geht jetzt abklatschen, Vorsicht! Okay, wie mach ich das? Elbe! Und Abfahrt! Sack! So, jetzt komm ich! So, Kalle! Schnapp den Monte! Sack, Junge! So, kann ich auch so ein bisschen... Komm her, jetzt! Komm her! Oh, scheiße! Oh, fuck! Oh, Kalle, Digga! Ah, schön! So! Was machst du denn? Ich weiß nicht! Ja, das wissen wir! Ich höre es nicht, nein! Alex! Ich bin doch immer hübsch, Junge! Wahnsinn! So, Monteca... Zack, oh shit! Schön! Danke! Du musst aufpassen, du wirst disqualifiziert, wenn du zuviel draufhast! Okay! Weil wir haben hier... Keine... Die Quali... Die Qualification... Ja, gut! Das geht ja noch mal! So, ich taunt dich noch mal ein bisschen! Geh doch raus hier! Zack! Hä? Er geht doch wieder rein! Ja, du musst mit L... Ähm... R1 quasi! Ja! Achso! Okay, versteh! Zack! Oh, Alter! Rübergeschmissen! Den hole ich mir! So, pass mal auf jetzt! Den hole ich mir! Ich geh jetzt hier auf Seil! Ich hole mir Knossi! Warte mal, wie kann ich... Oh, scheiße! Warte mal, wie kann ich... Warte mal, wie kann ich... Warte mal, wie kann ich... Ganz hoch? Ah, jetzt... Zack! Nee, Digga! Drauf da! Oh, shit! Yeah! Oh, Alter! Richtig in die Eier! Richtig in die... Dinger da! Nein! So, jetzt Monte kriegt's richtig auf die Fresse! So! Und drauf... Das wird ausgezählt werden hier, ne? Oh, Alter! Guck mal, die Kommentatoren! Ja, ja, wir haben Angst, dass wir den... Müssen einfach wieder rein, wegen Zeit, ne? Oh, ich... Ich... Oh, das ist, glaube ich, nicht erlaubt, Digga! Und Abfahrt! Monte wird ausgezählt! So, hier, warte mal, guck mal, ich hau den jetzt um! So! Und Abfahrt! Oh mein Gott! Ich tag Team Action! Alter, Wahnsinn! Oh! Oh! Das ist halt Adrian! Hahaha! Scheiße! So! 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 Alter! Digga! Spinning wheel in the ground! Hahaha! Oh, hier! Knotzi hat richtig... Oh mein Gott! Das war ja wie im Fernsehen! Was hat er gemacht? Er hat richtig... Oh, oh! Scheiße! Ah, fuck! Ah, nein! Nein! Ich helf dir! Ja! Ich versuch dir da... Ich überhaupt mal aufzuklatschen! Wir kommen noch nicht dazu! Geh mal in die Ecke! Dann kann ich dich wieder reinholen! Ich versuch's! Ja, ja, ja! Fest, nur Silent! Okay! So! Ja, warte mal hier! Einmal aufs Maul! Alles gut bei dir? Ich hoffe! Ja, gut! L... L... Genau, das hatte ich auch! So! Komm rein hier! So! Jetzt gibt's aufs Maul, Junge! Hahaha! Oh nein! Dann willst du wieder... Oh, Alter! Zieh' ihn raus! Zieh' ihn raus! Wie geht das? Komm her, Knossi! Oh! 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 Ja, ist ja okay! Ja, Falko, alles gut! Mein Gott! Du müsst auch mal rausrasten dürfen! Und zack! Und zack! Und zack! Höh? Oh! Oh! Schön! Und die Kniekehl! Schön auf den Beinen! Und an meinem Bauch! Geil! Klasse! Oh! Super! Wie hol ich den hoch? Ey! Alter, haut mich! So! Schön getreten! So! Ein Springeruf! Äh, wie? Ja! Gute Frage! Warte mal! Ja, du kannst auch so rennen! Genau! Ich geh zu... Ich geh zur Seite! Ah! Und dann kannst du, glaub ich, mit Viereck oder so? Also mit... Mit X! Wenn du rennst! Ich mach das so! Ja, das ist auch geil! Dann... Oh! Du kannst doch Finisher machen! Oh! Du kannst doch Finisher machen! Oh! Oh! Mach ich noch einen! Ich mach auch einen! Komm! Ja! So! Schöner Elbo! So schnell rein! Dann wird ausgedrehen! Ach ne! Achso! Wenn wir das nicht machen! Wenn wir da reingehen und rausgehen! Ja, Holmonte nochmal dazu! Der steht da auch! Guck mal, guck mal! Alter! Alge! Oh! DDT! Alter! Wie geht das? Mit A! Äh, ja! Mit A! Rennen und dann A! Puh! Ich hab mich jetzt irgendwie umorientiert hier! Scheiße! Heh! Oh! Das hab ich keinen mitbekommen! Knossi ist auf jeden Fall wieder am Start! Äh, es ist halt so ein wildes Match! Ja! Oh, der will! Nein, Junge! Ah! Junge, ich will raus! Oh! Ich muss raus! So! R1, oder? So! Oh, shit! Oh! 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 Hätte ich dodgen können! Oh, Mann, mit dem Kasino-Spin! Das ist so wahnsinnig! Oh! Ja, jetzt verprügelt er mich! Ja, ja, jetzt muss ich R... R... R...S hochdrücken! Oh! Ach, shit! Aua! Ey! Kalle, mach doch was! Ja, ich will ja nicht unfair spielen die ganze Zeit! Alter, was macht der mit dir? Hä? Hä? Was mach ich denn? So! Jetzt werden Arme gebrochen! Wo ist denn Monte? Äh, wo ist denn Knossen? Wo ist denn Knossen? So! So! Wunderbar! So! 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 Jetzt aber! Schön umgewachsen, Junge! So! So! Ah! Wahnsinn! Was ist jetzt der blaue Kreis? Ich hab keinen Plan! Ich glaub das ist deine Ausdauer... Oh mein Gott! Junge, das war... DDT! Der Spinning Flying... DDT, Alter! Das find ich echt geil! Ich muss immer sagen, die... Der hat nochmal kitziert, Digga! Die Namen der Moves, die kann ich mir nie mehr... Ey, das ist echt... Heftig! Oh! Ich geh mal wieder raus! Versuch den mal fertig zu machen! Ja, genau! So! Oh! Er kommt so rein! Ja! Okay, pass auf! Das ist aber unfair, Digga! Oh! Oh! Alter! So! Unfairer Pin! Ich hab'n unfairen Pin jetzt gemacht! Ja, hab ich gesehen! Ich versuch gerade... Äh... Ja, ich seh's! Und wie das der Ref auch... Der guckt nur! Ja, ja! Der Ref hat nicht so... Oh! Geil! Ah! Hab ich abgewehrt, du... Kleiner... Wir müssen das langsam mal unsere Signature Moves machen können! Oh! Boah! Ich hab' das schon aufgeladen! Hehehehe! Komm' mal hoch, Monte! Ja, komm' hier nochmal! Oh, Scheiße! Arschbar! Wie hol' ich den hoch? Wahrscheinlich B gedrückt halten! Oh! Und ich hau' auf seinen Kopf! Das ist ja der Hammer! Wahnsinn! Also ich bin fasziniert! Ja... Du musst doch gucken, wenn deine Dinger da aufhören! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, aber nur in bestimmten Position, glaub' ich! Jetzt hat er mich angezählt, weil ich drin war! Ja, doch! Jetzt! Jetzt geht's ab! Oh! Ja! 619! 619! Komm ran! Ja, oder? Moves! Falko! Falko! Ist ja gut, Falko! Hahaha! Falko denkt dir, was geht's ab? Die schreien hier rum! Oh! Alter, scheiß Klassen! Reiner! Psch! Hi! Vor allem dieses Reiner! Oh! 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 Mein Bauch! Mann! Ich will doch einfach nur raus! Ey! 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 Monte! So! Jetzt geht's nochmal in die Seile! Und... Oh! Oh! Das versteh ich nicht! Ich glaub, wenn man zweimal... Genau! Oh! Oh! Hat er gut gemacht, ne? Oh! Oh! Jetzt... Oh! Ah! Oh! Krieg ich hin! Nicht mich treten! Ne, wollt ihr auch nicht! Ich glaube, ich... Klatsch mal gerne ab hier! Vielleicht kannst du noch reversen? Oh! Alter, Monte... Man darf wahrscheinlich... Oh! Da hätt ich! Jetzt musst du rein! Ey! Jetzt ist schon ein Ziel an! Hahaha! Das ist so geil! Oh! Du hast es abgebrochen! Ja! Jetzt roll ich raus! Oh! Ich kann dir jetzt erstmal nicht helfen! Bin erstmal genommen! Jetzt geht's ab! Schön! Ah! Krassi kommt dazu! Och! Knossi, du unsportlicher! Wirklich! Ich komm nochmal... Hallo! Ich würd gern abklatschen! Ja! Geh mal raus! Scheiße! So, warte jetzt! Er war ja draußen jetzt? Ja, ich wüsste es! Warte mal! Vielleicht hier? Oh! Oh, shit! Guck mal, die Leute, die da alle zugucken, ey! Oh! 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 Stupid! Oh, ja! Irgendwie so, oh mein Gott! Eheh! Eheh! Wie du das langmachierst! Schöne Arschm Russia auf dem Rücken! Auf dem Gang! Auf die Alge! Ja, ja, ja! Ja, geil! so ich stehe mal auf und gehen wir ein geschäft und du schaffst es gerade noch wieder rein naja jawoll abfahrt abfahrt oh mein gott er den da unten und du darfst nicht das ist nicht was mache ich okay abfahrt ja das mache ich mal ich mache das jetzt ich bin komplett gedamaged aber die auch ich komme muss er hochdrücken ja steht da doch so ich zusammen für dich ich helfe immer und raus mit dir was ein mensch reinkommen wenn ich ihn bin dann musst du auf knosse ich gehe auf knosse es wurde sogar erklärt wie man umschaltet okay man muss rt drücken sich bekennen auch so ein bisschen ich habe zu spüren ich nehme den zur brust ich habe mal aufgeräumt ja nein macht nicht bruder ich gehe hoch jetzt mach ihn weg das würde ich gern weg legen ich glaube irgendwie kreis oder so also weh ja wie mach ich jetzt ich hab den so oft für die anschaut ey der hat mich gekratzt nochmal gekratzt nochmal gekratzt oh road break ich musste in die Mitte des rings ich bin benommen den mache ich so weg und abfahrt oh ich dachte auf die treppe das wäre heftig gewesen jetzt aber genommen und verprügelt mich okay das ist nicht gut könnt ihr hier drauf klettern oder wie das für den tisch umkündigt habe ich noch nie verstanden du kannst ihn irgendwie da rauf legen auch und dann so wie ich versuche ihn noch mal zu pennen ich habe ihn ja ja leider ohne signature und finisher move es wird immer angezeigt ja genau du musst dann gewisse kombinationen machen wenn die ja leute das lief ja einwandfrei was war das keine ahnung oh ich bin richtig rot geprügelt ich bin auch richtig am schwitzen jetzt auf kalles kanal oder kalle koschinski kalle 2 schinski bei kalle 2 schinski machen wir weiter oder machen wir mal ein cage match schaut es euch an tschüssi bis zum nächsten Mal